An meine chinesischen Freunde Nimenhao, ich will doch sagen, dass wir alle mit den Gefühlen und mit dem Bemühen an der Seite von Ihnen allen sind, als Deutscher, als Europäer. Und wir arbeiten zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation, dass wir die Ausbreitung des Virus verhindern, dass wir die Behandlung der Betroffenen verbessern und dass wir einen Impfstoff entwickeln zur Vorsorge für die Zukunft. Wir glauben fest daran, dass wir nach Bewertigung dieser Herausforderung dann wieder die Wirtschaftlichen Potenziale heben unsere Möglichkeiten auf europäischer, auf chinesischer Seite durch Verbesserung der Verkehrswege, des Handelsaustausches, dass wir einfach beide eine Win-Win-Situation haben, dass wir beide die Chinesen und die Europäer davon profitieren werden. Und dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Auf Marken, bis zum nächsten Mal wieder. Auf Marken, bis zum nächsten Mal wieder. Auf Marken, bis zum nächsten Mal wieder. Ich bin auf dem K安全, bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank.